Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. So, Rieke, wir sind da. Hallo. Drei Frauen aus der Couch, also drei Frauen und ein halber. Ja, Moment, nicht lachen. Jedermann hat auch eine feminine Seite, sagt man ja. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das ist ja so die Diskussion. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Gespräch und ein anderes Thema. Herzlich willkommen, meine drei tollen Gästen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich unheimlich. Ja, guck mal, die sind so, was kommt jetzt? Dass Frauen mal so sprachlos sein können, das glaubt man nicht. Aber in diesem Studio ist das immer möglich. Wir warten auf unseren Einsatz. Ja, die Frauen sind immer so sprachlos. Mit Katrin fange ich da auch gerne an. Hamburger Women Connect, die zweite Veranstaltung kommt jetzt im Juli. Richtig, genau. Und die erste hatten wir, oder hattet ihr im Gaga. Korrekt. Gaga. Ja. Erklär vielleicht unseren Zuschauern mal, was genau Hamburg Women Connect ist. Was für eine Veranstaltung oder was für ein Event ist das eigentlich? Genau. Also das ist eine Veranstaltung für Frauen in Führungspositionen. Und es gibt so viele Frauenveranstaltungen. Und dennoch hat mich im vergangenen Jahr der Wolfgang E. Boos Verlagstepp vom Alza Magazin gefragt, ob ich die Hamburg Women Business Lounge sozusagen, die es mal hieß, übernehmen möchte. Neuen Credo sozusagen. Und am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, nachdem ich mit vielen Frauen gesprochen hatte. Weil eigentlich habe ich auch gesagt, es gibt so viele Frauenveranstaltungen, brauchen wir nicht noch eine. Aber nach Rücksprache mit vielen Frauen, Unternehmerinnen und Erkundinnen vor allen Dingen, hieß es dann, ja, wir brauchen sowas unbedingt. Besonders für Frauen in Führungspositionen. So, und dann haben wir am Ende des Tages überlegt, wie gehen wir das Ganze an. Und ja, so sind wir zu Hamburg Women Connect gekommen. Neuer Name, neue Positionierung. Es geht wirklich um Business. Wir haben ein Talk-Thema. Und das war beim vergangenen Mal mit der Frau Dr. Kronemeyer, Medienrechtlerin, auch für Helene Fischer und andere Stars. Ja, wie gehe ich als Unternehmerin oder grundsätzlich als Prominenter mit der Presse um? So, das war der Auftakt für unsere Reihe. Und das nächste Mal ist das Thema Working Mom. Kind, Karriere und ich? Auch ein wichtiges Thema. Also genau, so hangeln wir uns mit vier Veranstaltungen durchs Jahr. Genau, und Hauptsponsor ist Autowiecher, das auch nochmal zu erwähnen. Danke, dass das überhaupt möglich gemacht werden kann. Mein Auto ist auch noch nicht da. Ja, dann. Aber ich danke an dieser Stelle Nord-Ost, ich habe ihn anders. Sehr gut. Genau, und es ist halt nur möglich, diese Veranstaltungsreihe ist halt nur möglich, weil wir halt unterstützt werden. So, das ist genau, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber die Frage ist doch, als ich das erste Mal davon gelesen habe, dass quasi Hamburg Women Connect wieder zurückkommt, war ja ein bisschen verschollen zeitlich, so ein bisschen weg. Aber dann denkt man ja dennoch, braucht man das heute? Braucht es die Frau? Genau, das habe ich mich auch gefragt, in der Tat, weil wie gesagt, es gibt so wahnsinnig viele Veranstaltungen. Aber ja, also die sind wild da drauf, kann man ganz klar so sagen. Also ich habe extra auch eine Mitarbeiterin eingestellt für dieses Thema, die dann wirklich tagtäglich Frauen auch kontaktiert hat und gefragt hat, ist das Thema interessant für sie? Und die Absagen sind, ein Freundlicher habe ich noch nie Absagen erhalten, wenn sie denn nicht können, aber nächstes Mal sind sie dabei. Also da merkt man schon, innerhalb von kürzester Zeit hatten wir so tolle Frauen auch, die wir zusammengebracht haben. Und interessanterweise war es so, dass ich, wenn ich mit Frauen darüber gesprochen habe, am Ende ganz tolle Synergien auch in anderen Themen gefunden habe. Also das ist so eine tolle Plattform, dass man auch ins Gespräch kommt. So, das ist halt, weil Frauen haben ja das Problem manchmal, dass sie nicht miteinander reden, obwohl sie so viel reden, so und dann, ja, es ist so, es ist so. Und weil dann halt, ja, und das Gesprächsthema dann vielleicht doch ein anderes ist. Vielleicht würde ich ja die nächste Frage an Ulrike stellen. Wenn man sich jetzt über dieses Thema unterhält, vor allem, wo du sagst, Work-Life-Balance, ja? Ja, genau. Die Frau möchte gerne mit 30 eine Mutter sein, würde aber auch gerne Managerin sein und möchte eigentlich nicht, dass die ganze Arbeit vielleicht auch der Familie bei ihr abgeladen wird. Du bist ja viel unterwegs gewesen, ja, jetzt mal außerhalb von Deutschland. Ich will dir eine Sache gerne wissen. Ist dieses Problem, Work-Life-Balance der Frau, nur in Deutschland so oder ist es auch in anderen Ländern so? Also meine Erfahrung ist, ich bin ja nun als Kind auch im Ausland gewesen und da war ich ja dann sozusagen das Kind von Eltern, die eben auch managen mussten, irgendwo sehen mussten, wie sie es hinkriegen. Meine Erfahrung war tatsächlich, im Ausland ist das Problem durch die Ganztagsschulen natürlich erledigt. Da ist es auch keine Gewissensfrage, sondern jeder ist in dieser Schule. Das heißt also, keine Mutter ist gezwungen, sich zu entscheiden, bin ich jetzt eine Working-Mum oder eine At-Home-Mum, sondern jeder bringt die Kinder dorthin und dann hat die Mutter, sagen wir, in England war es beispielsweise bis halb vier, konnte jede Mutter arbeiten gehen und musste sich nicht von irgendwelchen Leuten immer distanzieren. Und da gab es dieses, was wir in Deutschland immer haben, dass wir dann so ein schlechtes Gewissen haben, ach Gott, und jetzt, du bist ja doch öfter mit deinem Kind zusammen, wahrscheinlich kannst du es auch besser fördern oder dein Kind muss immer im Hort sein. Also diese Debatte ist natürlich auch eine Belastung. So schön das immer sich anhört, jeder darf sich entscheiden. Und daher glaube ich schon in vielen Ländern, wir hören das ja auch in Frankreich, in Skandinavien, in England, in Europa sind wir leider in der Hinsicht, was jetzt auch die Berufstätigkeit, die Gleichberechtigung der Frau anbelangt, leider auch traurig in der letzten Drittelgruppe. Das ist erschütternd für mich, weil wir ja sonst in allen anderen Punkten werden wir immer so als Vorbild für Europa gesehen. Und ich bin da ganz klar der Meinung inzwischen, also da haben wir einiges aufzuholen. Und das ist, es fängt bei der Schule an, weil da die Betreuung losgeht. Und wenn eine Mutter eben, wie gesagt, einen Kindergartenplatz hat, dann hat sie ja noch nicht das Problem erledigt, dass sie dann auch später die Schule auch gut betreut haben möchte. Die Zeit nach der Schule, dann diese ganzen Hausaufgabenfragen, ist immer noch so, dass akademische Mütter natürlich eben bessere Startchancen bieten für ihre Kinder als natürlich Eltern, die Probleme haben, die Hausaufgaben eben zu begleiten oder eben auch zu fördern. Und insofern, das sind so alles so Punkte, die wir in Deutschland leider immer wieder, vielleicht kommt es auch durch diese Länder untereinander, die Bundesländer, die sich dann auch immer uneins sind, das ist übrigens auch ganz schädlich für Familien, die umziehen müssen. Also ich musste teilweise auch zwischen Bundesländern sind wir als Kinder zerrieben worden, weil wir immer überall in jedem Bundesland wieder andere Schulrichtlinien, andere Fremdsprachen, also in der einen Bundesland fängt man mit Englisch an, im anderen mit Französisch. Also wenn man dann umziehen muss ständig, dann ist das eine Katastrophe für die armen Kinder. Es sei denn, man zieht um und lernt jedes Mal eine andere Sprache lernen, kennen. Also wurscht, es kommt drauf an. Alicia, die nächste Frage kommt an dich, aber zuvor, der nächste Clip ist abends. Und danach kannst du dich schon mal mental darauf vorbereiten. Wir werden natürlich uns über dein Business unterhalten und vor allem, wie ist dort das Mann, Frau oder beziehungsweise der Geschlechterkampf. Ein tolles Feature, Cezanne Axto mit Tarkan und Produzent und DJ war in diesem Falle kein Scherz. Der Typ heißt nämlich Yashar Gaga. Der heißt wirklich so, der heißt auch Gaga. Gaga, das ist ein Zufall. Gaga. Das Thema am heutigen Abend, ja, die starke Frau, die selbstbewusste Frau oder die Frau, die vielleicht auch sich entscheiden muss zwischen Beruf und Liebesleben und Kind, kann auch sein. Alicia ist nämlich selber viel unterwegs. Genau. So, und wenn man permanent unterwegs ist, entscheidet man sich irgendwann als starke Frau bewusst für oder gegen ein Kind, eine Beziehung oder sowas in der Art. Also wie ist das? Also ich habe mich nie dagegen. Ich bin dafür offen, aber die meisten Männer haben einfach das nicht akzeptiert, dass ich so viel unterwegs bin, weil viele Männer wollen die Frau zu Hause haben, dass man die auch betüttelt und das hat einfach nicht funktioniert. Und für mich war klar, okay, dann gehe ich erst mal meinen Beruf nach, weil das war meine Leidenschaft. Das einfach auszuleben war mega schön, im Ausland viel zu reisen und das alles mitzuerleben war unbezahlbar schön. Und jetzt komme ich in so einem Alter, wo ich sage, okay, ich kann jetzt auch mal ein bisschen sesshafter werden. Und deswegen steht für mich in Planung ein neuer Laden, dass ich auch schön gesettelt in Hamburg bleibe. Habe ja auch einen kleinen Hund und daher... Dein Baby. Mein Baby. Mein kleiner Ersatz. Genau. Der braucht auch einen Babysitter. Also ein Baby. Und Betreuung. Und Betreuung. Und Betreuung. Und Betreuung für einen Hund gesucht. Genau. Also falls ihr jemanden kennt, Alicia wird sich freuen. Ist das dann für eine Frau wirklich so schwer heutzutage oder ist das nur, Gerücht ist ein blödes Wort, aber man debattiert viel darüber. Ja, die starke Frau, die möchte ja viel bewegen, aber kann es ja nicht, weil sie sich für oder gegen die Familie entscheiden muss, damit sie beruflich erfolgreich ist. Ist das Realität oder ist das eigentlich nur eine Scheindebatte? Also ich würde schon sagen, dass es ein eindeutiges Handicap ist, was man als Frau hat, wenn man dann eben gleichzeitig eben tatsächlich eine Familie gründen möchte oder verherrtet sein möchte und irgendwie einigermaßen auch so Life Balance leben möchte, ist das schon für eine Frau doppelt schwer. Und insbesondere, wenn man natürlich Angestellter ist. Also das ist nicht umsonst so, dass wir sehr viele, auch gerade bei uns in unseren Kreisen, dass wir sehr viele Frauen kennen, die selbstständig sind. Und über die Selbstständigkeit lässt sich das natürlich wesentlich toleranter auch lösen. Denn wir haben das Thema ja heutzutage auch, muss man unbedingt noch im Büro sein oder hat die Firma auch genug Vertrauen, um zu sagen, Homeoffice ist möglich. Natürlich. Damals, als ich meine Tochter gekriegt habe, war das ein No-Go. Und ich war damals Worldwide Coordinator bei Saatchi Saatchi International. Und das war natürlich eine Katastrophe, dass so eine Frau schwanger wird. Und ja, aber es ist dann ja irgendwann mal so weit gewesen. Wenn du den Satz sagst, finde ich den echt traurig. Ja, ja, eben. Und ich habe das auch gar keinem erzählt erst mal. Habe das natürlich erst mal für mich behalten. Habe das auch erst mal so verdeckt. Zum Glück konnte man das auch ein paar Monate lang noch so machen. Weil das war bei uns eben so ein Unausgesprochen. Man durfte auch bei Bewerbungsgesprächen niemals sagen, dass man schwanger werden will. Das hat sich doch ein bisschen geändert. Ich erlebe das doch etwas entspannter bei den jungen Damen heutzutage. Aber in den Firmen das Organisatorische hinzukriegen, wenn man schon in der Führungsfunktion ist, ist natürlich auch schwierig. Also gerade was wir gehört haben, wenn man viel reisen muss, wie soll das auch gehen? Das sind Dinge, die sich gegenüberstehen. Im Staat ist es eben so, dass man da wohl als Beamter dann die Möglichkeit hat, dann andere Positionen anzunehmen. In Agenturen, wo ich jetzt tätig war, ist das schon etwas schwieriger. Man kriegt dann eben unattraktive Positionen angeboten, wenn man mal wiederkommt. Oder auch in der Zwischenzeit denkt man eben, die Frau ist nicht mehr so belastbar. Ab einem bestimmten Zeitpunkt mag das ja auch so sein. Ich musste zum Beispiel viel reisen. Dann hatte ich auch gerade BAT Worldwide, Benson & Hedges, Discover Gold war ja so unsere Kampagne da. Und da hatte ich die ganzen Raucher um mich herum und da war ja noch nicht Rauchverbot. Und dann saß ich in diesen Meetingräumen und hatte noch nicht erzählt, dass ich schwanger bin. Und alle um mich herum qualiften mich langsam immer mehr voll, weil das war dann so, nehmen Sie doch ruhig noch eine, nehmen Sie doch, alle waren am Rauchen. Und das war mitten im Meetingraum. Das ist ja heute auch schon anders. Nicht wegen den Frauen. Aber solche Dinge sind natürlich eben nicht kompatibel. Brauchen wir denn eine Quote für die Frau? Es gab ja immer wieder diese Diskussion, die Frage auch gerne mal in eure Richtung, weil ihr auch selber Businessfrauen seid. Ihr versucht, Veranstaltungen zu machen, um dann auch Frauen vielleicht in den Fokus der Medien zu schieben. Du bist viel in einem Segment unterwegs, in den Medien, wo ja auch diese Diskussion zwischen Männern und Frauen gibt. Es gibt Schauspieler, Moderatoren. Ich meine, alltäglich erleben wir das. Zwei Moderatoren moderieren eine Show, ähnliche Größe, ähnliche Reichweite. Der Mann kriegt doppelt so hohe Gage als die Frau. Es ist Realität. Ist es vielleicht dann besser, dass man zu dem Schluss kommt, dass man auch eine Quote in den Raum wirft und sagt, aber jetzt halten wir uns einfach mal dran? Also die Frage ist ja, was für eine Quote? Gehaltsquote? Ja, unbedingt. Transparent zum Beispiel? Ja, gut. Also ich würde es auch gerne wissen, dass meine Kollegen verdienen. Ich glaube, ich verdiene am wenigsten. Ja, darüber können wir gerne gleich sprechen. Ja, jedenfalls glaube ich, dass es schon Sinn macht, dass man die Arbeit an sich gleich bezahlt, ja, sicherlich. Aber die Frage ist, Quote von den Personen, die in einem Vorstand sitzen zum Beispiel. Da ist halt die Frage, welche Frau möchte überhaupt in den Vorstand? Ich habe auch darüber nachgedacht, über dieses System natürlich, die diverse Male und auch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und häufig wollen Frauen schon in diese Liga rein und die schaffen das. Und dann gibt es auch wieder welche, die werden in männerdominierenden Firmen auch zurückgehalten sicherlich. Und weil die Männer auch eine andere Sprache sprechen, da gibt es tolle Literatur drüber, keine Frage. Eine andere Sprache? Ja, genau. Es gibt eine Rangordnung. Die unter der Gürtellinie oder wie? Nein, darüber rede ich jetzt an dieser Stelle gar nicht. Aber ein Mann, die kommunizieren anders miteinander. So, und Frauen, ja, das ist tatsächlich so. Ich kann dir das empfehlen. Ich kann dir dieses Buch wunderbar empfehlen. Alle beide nicht. Ich kenne das immer. Jetzt bin ich voll raus. Ja, Männer sprechen eine andere Sprache. Genau. Und da geht es dann ja los. Und dann versucht man miteinander irgendwie ein Team zu arbeiten und die Männer sind schon zu weit. Ist das echt krass? Also das ist halt ein Thema. Dann das nächste Thema ist, dass man gar nicht die Karriereleiter erklingen möchte. Gibt es auch Frauen? Also die sagen, ja, ich bin glücklich in dem Bereich hier. Hier kenne ich mich aus, hier möchte ich bleiben. Und die wollen gar nicht befördert werden. Und dann gibt es die Quote und dann fragt man sich ja, woher mit den Frauen? So, und dann gibt es natürlich, wie gesagt, die Frauen, die möchten das gerne und werden dann nicht hingelassen. Und das finde ich schwierig. Und es ist aber auch unter uns manchmal schwierig, weil es gibt so viele Männer, die haben immer ihren Ziehsohn. Den nehmen sie mit. Oh ja. Und die Frauen, also ich kenne kaum eine Frau, die eine Ziehtochter hat. So, und wenn wir Frauen hochgezogen werden, dann ist es meistens ein Mann, der dann sagt, so, das ist jetzt meine Ziehtochter. Also es ist ganz, ganz schwierig, da irgendwie eine erfolgreiche Frau überhaupt zu finden, die einen weiterbringt. So, weil Männer bringen sich untereinander weiter. Im Gegenteil, das ist sogar so, ich hatte das auch einmal in einer Firma erlebt und da waren gerade die Frauen diejenigen, die diese Position von mir dann unbedingt haben wollten, weil ich dann die einzige Frau in dieser Machtposition war. Und als ich irgendwann mal fragte, wieso denn nun gerade ich nun diejenige bin, die so im Fokus steht, ja, weil da dieses Loch in der Ceiling ist, in der Glass Ceiling, da kann man durchstarten und das haben die dann eben bei mir gesehen. Und da habe ich gesagt, wieso, in meiner Ebene sind doch noch genug Männerposten, die man auch angehen kann. Und das war wirklich bedauerlich. Und im Nachhinein war es dann auch so, ist danach nie wieder eine Frau auf der Position gewesen. Und da habe ich dann auch gesagt, die Frauen haben sich in dem Konzern dann auch echt geschadet. Weil tatsächlich wird uns leider immer diese Solidarität abgesprochen. und das ist tatsächlich eine Sache, die erlebt man leider auch erst, wenn man in die ganz hohen Positionen kommt, in Konzernen oder in großen Strukturen. In kleineren Strukturen, wenn man jetzt so im Dienstleistungsgewerbe ist oder natürlich selber Inhaber ist, dann werden die eigenen Angestellten einen schon respektieren, hofft man. Aber in, ja, deswegen habe ich es noch dazu gesetzt. Aber ich sage jetzt mal, in größeren Strukturen ist das tatsächlich dann so, da braucht man diese Seilschaften und dieses Netzwerk und das üben die kleinen Jungs im Fußball oder in anderen Rollenspielen, die sie schon von klein auf auch von den Eltern und ihren Vätern lernen. Das haben die wesentlich effektiver gelernt und Frauen müssen das erst jetzt üben. Genau, dafür die Literatur. Oder das Networking für die Frau bedeutet natürlich auch Hamburg Women Connect und zwar am 6. Juli ist nämlich die nächste Veranstaltung und diesmal im Nalandia Club Hamburg. Was ich immer so spannend finde an vielen, vielen Berufsfeldern und da komme ich nämlich zu dir, liebe Alicia. Man denkt ja, Make-up-Artist, Frauen, die unterwegs sind und die Männer und die Models hübsch machen. Aber meistens sind es doch am Ende die Männer, die in der Führungspersönlich-Position sind. Ja, schon, selbst in meiner Branche dominieren auf jeden Fall die Männer wie zum Beispiel Boris Entrup, der es sehr weit geschafft hat in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und dann, ich weiß noch, die Fashion Week, als sie neu gestartet ist, haben die wirklich den Oberguru-Franzosen, auch einen Mann mit Kindern und der war der Boss und der hat die Fashion Week geleitet und das Ganze geschmissen. Aber warum ist das denn so? Es gibt so viele, sorry, nicht falsch verstehen. Es gibt so viele Berufsfelder, wo ich sage, schon weiblich, Frau und dann kommt der Geschäftsführer, der Oberguru ist ein Mann. Das kapiere ich nicht. Also da läuft doch irgendwas schief, oder nicht? In der Mode, im Mode-Business ist es ja auch überall, das sind ja auch Männer. Die Modedesigner, meisten, also ganz wenige, ich hatte auch jahrelang Gisanda als Kundin, aber ansonsten, es sind ja ganz, ganz viel an der Spitze, immer wieder die Design-Direktoren sind dann wieder Männer. Und auch in Werbeagenturen, wir sind in Werbeagenturen, in Führungspositionen, sitzen natürlich auch sehr, sehr viele Männer. Und es ist teilweise... Also was fehlt den Frauen dann auf den letzten Metern? Oder ist wirklich der Mann schuld? So, wir wollen es jetzt mal sagen, jetzt mal Buddha bei den Fischen. Ist der Mann schuld? Ich weiß es nicht. Es ist von jedem etwas dabei. Also klar, Frauen müssen natürlich so lange durchhalten, bis es eben oben angekommen ist. Also zwischendurch, wenn man natürlich dann Kinder kriegt, ist das bisher ein Karrierehindernis gewesen. Natürlich ist das ein Grund, warum sie nicht oben ankommen. Wenn sie dann aber trotzdem, und ich hatte ganz, ganz viele Frauen bei mir, also ich glaube, ich war in einigen Agenturen immer dann die Einzige, die dann später auch alleinerziehende Mutter war und dann währenddessen eine Führungsposition hatte. Und um mich herum waren die Frauen eigentlich fast alle kinderlos. Und trotzdem haben sie die letzte Hürde oder die letzte vorletzte Hürde dann nicht bekommen. Man hat dann mehr Vertrauen in die Männer gehabt. Und auch, was du gesagt hast, auch mit den Gehältern. Ich bin da zwei, dreimal dann an der Spitze angekommen und durfte in die Bücher gucken und war dann entsetzt im Nachhinein, dass man mir immer gesagt hatte, Mensch, toll und so weiter. Und ich guckte dann zu meinen Kollegen und dachte, bitte. Wir haben das Doppelte verdient? Ja, das Doppelte oder mindestens ein Drittel mehr. Und in allen möglichen Bereichen natürlich auch. Das Auto war dann immer besonders gut ausgestattet und sonst was. Da habe ich dann immer gesagt, ach, das wäre nicht so wichtig. Also das mit den Autos kläre ich für euch. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht nicht. Das machen wir schon, da haben wir genug Beziehung für euch. Aber das Auto ist ja nicht das Problem. Das ist ja das. Equal Pay, ganz schlimmes Thema in Deutschland. Man hat dann aber eine Chefin, die Muri, und die Mutti will ja das ein bisschen, naja, sie versucht sie auch irgendwie durchzuboxen. Die politischen, sagen wir mal, die politischen Elite hatte auch mal, Angie hatte auch mal die Idee und sage, sie hat ja sanften Druck ausgeübt auf die großen Firmen und hat ja sogar einige Firmen dazu, wie soll es sagen, dazu verdonnert, dass sie Quoten einführen. Nichtsdestotrotz wurden die Quoten trotzdem nicht erfüllt. Das ist ja das Schlimme. Also ist es vielleicht so, ja, wie soll ich sagen, wie drückt man es politisch richtig aus? Vielleicht ist ja der Fehler auf beiden Seiten. Dass vielleicht die Frau auf der letzten, vielleicht auch selber ein bisschen diese Hemmschwelle hat und sagt, naja, ich schaffe es eh nicht, also brauche ich mich nicht bewerben. Und der Mann, der vielleicht immer dasteht und sagt, naja, komm schon. Ist das vielleicht so ein Mix of? Es ist ein Mix davon, aber ich habe ja zum Beispiel bei uns am Institut of Design, habe ich ja sehr tolle Mädchen und ich sage natürlich auch, es ist eine Verhaltensänderung, die wir eben auch von Anfang an eben lernen müssen. Ich sage immer, also dieses weibliche Verhalten, wenn irgendwas schief geht, immer bemitleidet werden wollen oder heulen oder solche Dinge. Man muss natürlich dann auch ein bisschen auch versuchen, mal faire Waffen zu spielen. Und faire Waffen eben, sage ich eben zum Beispiel, dieses einfach beim Mann, wenn der dann eben mal böse ist, dann eben gleich in Tränen ausbrechen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, weil wenn man dann mitspielen will, dann muss man natürlich schon tough sein. Und das heißt nicht, dass wir jetzt gleich wie Männer aussehen müssen, aber nicht immer so gleich. Kommt auch vor. Ja, aber nicht so extrem, denn die Bücher, die du jetzt da meinst teilweise, da waren auch einige dabei, die habe ich einfach nicht akzeptiert als Vorbild, denn ich habe mir das nie verbieten lassen, trotzdem wie eine Frau auszunehmen. Das ist wahr, ja, auch ein Punkt. Und da haben viele zu mir gesagt, sie müssen jetzt eigentlich einen Hosenanzug anziehen oder sie müssten eigentlich die Haare jetzt weg aus dem Gesicht haben, Schmuck soll man weglassen. Ja, nein, nicht nur Männer, auch Frauen machen das. Echt? Und das steht auch in diesem Literaturgesicht drin. Total furchtbar. Irgendwas habe ich verprostet. Wir sind doch Frauen, ja, wir sind Frauen und wollen auch Frauen bleiben. Ja, aber ich würde auch wollen, dass meine Leute, meine Mitarbeiter, wenn es Frauen sind, immer noch Frauen sind. Ja. Entschuldigung. Ja, aber so sieht es da oben teilweise aus. Wie ihr bemerkt habt, haben wir heute nur so die Crème de la Crème der DJs und Produzenten, so à la David Guetta. Ja, aber alles made in Turkey in diesem Falle, alles erfolgreiche Musiker, also da geht auch ein Klick auf deren Video, ich glaube bei, keine Ahnung, 25 Millionen los oder so. Also, Business as usual, jetzt kommt's, aber auch alles Männer. Komisch, ne? Warte mal. Das ist für deine Quote. Das ist wirklich, ne? Das ist wirklich so. Alle erfolgreichen DJs und Produzenten sind Männer und die Features sind meistens weiblich. So, jetzt kommst du. Ja. Wo fangen wir an? Wo setzen wir die Quote an, meine lieben Frauen? Schwieriges Thema, vor allem, weil man ja auch in diesem Business, wo ihr unterwegs seid, ihr holt die Frauen zusammen, ihr wollt, dass diese starken Persönlichkeiten miteinander kommunizieren. Genau. Was ich aber auch sehr häufig, Frauen werden mich gleich hassen für den Satz, aber ich bin ja offen und ehrlich und ich sage euch, ich habe auch genug Frauen kennengelernt, die andere Frauen mit Absicht blockiert haben. Sicherlich. Ja, aber dann stimmt doch was nicht. Ja gut, ihr Männer seid ja jetzt nicht so, dass ihr euch nicht blockieren würdet. Ja, aber, pass auf, das ist was anderes. Ich dachte, warum das was anderes? Guck mal, meine Mama, ja, ich liebe dich Mama, meine Mama ist eine Feministin. Ah. Ja, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich dafür einsetzt, dass Frauenrechte, weißt du, eigentlich habe ich keinen Bock darüber zu reden, weil das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja, genau. Und wir nicht über Quoten, Quoren und desgleichen uns unterhalten sollten. Ja. Müssen wir aber, sogar im 21. Jahrhundert. So, ich würde sagen, dass die Männer sich blockieren. Alpha-Tiere. Das ist normal. Aber was ich manchmal nicht verstehe ist, wenn schon in einem Business von zehn Personen, in Führungspersönlichkeiten, neun Männer sind, ein Mann scheidet aus und die nächste Frau soll nachrücken, habe ich schon sehr oft erlebt, dass genau diese eine Frau ihr Veto eingesetzt hat. Das habe ich nie kapiert, warum. Sollte man sich nicht für... Oder sehe ich das falsch regieren? Du kannst mich gerne korrigieren. Ja, also ich habe es ja selber auch so erlebt und ich glaube, das ist so, dass einmal kann man das ja vielleicht nicht immer so pauschalisieren. Wenn man ganz oben angekommen ist, da wird es dann ja sowieso etwas enger und dann weiß man auch, es gibt immer nur so diese eine Alibi-Frau und dann haben die vielleicht, wenn man das mal liebevoll sagt, vielleicht auch wirklich Angst, dass ihre eine Position dann gefährdet ist. Wenn es dann fünf Positionen gäbe, die jetzt, sagen wir mal so, wir sind mit zehn Menschen im Vorstand und es gäbe fünf Positionen für Frauen und fünf für Männer, dann würden Frauen auch großzügiger sein. Aber meistens sind wir ja immer, also ich weiß, als ich jünger war, war ich immer Alibi-Jugendliche und Alibi-Frau. Da haben sie mich zusammengewehrt. Ich bin da Alibi-Migrant, alles gut. Genau. Ich komme auch damit seit zwölf Jahren durch. Genau, richtig. Aber da ich dann beide Positionen besetzt habe, haben sie nur einen Posten aufgeben müssen. Stimmt. Da war das dann besetzt, also Frau und Jugendliche so. Und in den höheren Ämtern ist es eben häufig so, da sind dann eben wirklich, ist eine einzige Frau und da kann es natürlich sein, ich will das nur mal versuchen zu verstehen, ich bin nicht so. Aber ich habe es so erlebt, dass die dann wahrscheinlich Angst haben, dass man ihnen diesen Posten streitig macht. Und was auch interessant ist, ist ja auch, welchen Posten man bekommt. Man bekommt einen Posten im Vorstand, aber meistens einen, der eben nicht mit Macht ausgestattet ist im Sinne von Geld. Für Männer ist das ja immer wichtig, dass sie diesen Gestaltungsrahmen haben. Und da sind natürlich die finanziellen Posten, sind dann eben sehr attraktiv. Also Finanzvorstand, aber auch der oberste Vorstandsposten eben. Und Nebenpositionen wie Marketing oder Personal, die werden auch dann mal gerne in dem einen oder anderen Fall dann auch einer Frau gegeben oder im Design oder so, wo man sagt, naja, lass die da mal so ein bisschen die Ästhetik und die Schönheit bestimmen. Aber wenn es um richtige Entscheidungen geht für den Fortbestand des Konzerns, dann bleiben wir Männer mal unter uns. Und das ist leider in Deutschland immer noch so ein Phänomen. Da muss man leider wahrscheinlich sagen, die älteren Damen, die ich kenne, die jahrelang gekämpft haben, die wirklich Feministin waren, die sagen jetzt, es muss die Quote her. Weil in Deutschland sind wir tatsächlich, sowohl was die Bezahlung als auch eben die Gleichberechtigung in dieser Hinsicht anbelangt, sind wir leider wirklich, wenn man Statistik sich anguckt, ganz, ganz weit hinten. Und das ist unser Problem, was wir jetzt eben auch versuchen wollen, so ein bisschen anzugeben. Ja, und deshalb gibt es ja dieses Event, weil die Frauen sind in verschiedenen Konzernen tätig, in verschiedenen Sozietäten, in verschiedenen Unternehmen. Und die einzelnen Alleinkämpferinnen sozusagen in ihren Männerdomänen, die bringen wir bei diesem Hammer Woman Connect Event zusammen. Also das ist so die Idee hinter der ganzen Geschichte halt gewesen. Dass solche Frauen endlich mal miteinander reden können, weil die haben dieselben Probleme, aber sie bekriegen sich nicht, weil sie haben ganz andere Unternehmen, für die sie tätig sind, ganz andere Branchen. Also das ist ja auch ein Punkt. Und die Frauen bringen wir zusammen, damit sie sich endlich austauschen können und sagen, hey, mir geht es genau so, wie hast du denn das geregelt? So, und das war im Prinzip der Hintergrund, warum ich gesagt habe, das brauchen wir, das müssen wir machen. Und das Schöne ist, man könnte theoretisch sogar dort mit Kind und Kegel hinkommen, ne? Ja, tatsächlich. Ja, richtig. Siehst du, das ist mal klug gedacht. Ja, also die Möglichkeit steht. Also du darfst deinen Hund mitnehmen, siehst du? Ja, ja. Genau. In Nailand, die haben ja auch so... Das ist ein Familienclub, richtig, genau. Da gibt es Kinderbetreuung und wer möchte, es ist natürlich eine Abendveranstaltung, da muss man jeder selber entscheiden, die Italiener machen es vor, ja, es geht. Und wir haben 15 Plätze frei von anderthalb bis sechsjährigen, die werden da betreut, tatsächlich, während des Events. Genau. Das ist auch mal was, ne? Ja, das ist mal, genau. Ich habe früher, was heißt früher, ist gar nicht so lange her, wenn ich mich dieses Thema Work-Life-Balance, wenn man sich die skandinavischen Länder angeguckt hat oder andere Länder, da gibt es ja sogar, was ich ja sehr spannend finde und ich frage mich, warum wir das in Deutschland nicht haben, Krippen und Kindergärten in der Firma. Ja. Ich finde das so cool. Ja. Warum haben wir das nicht? Doch, es gibt es auch in großen Konzernen. Echt? Das ist das, was ich ja eben ohnehin beobachte. Alles in Deutschland richtet sich immer nur auf die Konzerne. Wir sind schon in den Konzernen, zumindest was Kindergärten anbelangt, ist es sehr weit. Ich glaube, das Problem kommt dann mit der Schulzeit. Also als ich im Konzern mal tätig war, war meine Tochter bereits schon in der Schule und eben auch schon auf dem Gymnasium. Und da sind natürlich Herausforderungen, die können manchmal externe Arbeitskräfte oder externe Hilfe eben gar nicht erledigen. Man hat ja ein ganz hohes Niveau, was man erreichen möchte mit dem eigenen Kind. Also bei mir in meiner Familie auf jeden Fall war es so, dass ich auf Studium ausgerichtet war. Und dann hatte ich da wirklich teilweise echt große Probleme, wen nehme ich jetzt als Hilfe dazu. Ich hatte dann mal ein Au-pair-Mädchen, dann habe ich es mal ausprobiert mit einer Oma, die konnte aber dann die Hausaufgaben nicht betreuen. Also das ist wirklich schwierig. Also es ist nicht so ein Zimmer, alle rein. Das geht noch mit den Kindern im Kindergartenalter. Aber später, wenn das da so unterschiedliche Interessen gibt oder die wollen mal einen Sport ausüben, dann mit einem Hort, dann kannst du nicht im Sportverein sein und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz kompliziert. Und das alles müssen die Frauen immer so nebenbei so managen. Und ich weiß noch, mein damaliger Chef zum Beispiel auch sagt, ich möchte nichts mitbekommen von Ihrer Scheidung, bitte achten Sie da drauf. Also Sie müssen unser Aushängeschild bleiben und bitte keine Probleme mit Ihrem Mann, bitte. Und ich, oh Gott, hoffentlich kriege ich das hin, dass das immer alles so klappt, dass man so perfekt ist und dass kein Anruf weniger Kind kommt und so weiter. Also was man da immer für Themen hat, um dann den ganzen Tag perfekt zu sein, um das zu erfüllen, was für Männer ja easy ist. Kein Mann macht sich den ganzen Tag Gedanken, ob da gerade Läuse im Kindergarten sind. Der hat auch Kinder, aber komischerweise der Anruf kommt bei der Frau. Ja, das stimmt. Das sind alles so Themen. Ich glaube, wir müssen in Deutschland den Fokus auch wieder richten auf mittlere und kleinere Unternehmen, auf mittelständische Unternehmen. Die haben nämlich nicht die Möglichkeit mit dem vielen Geld und den Angestellten eben halt ist die Menge. Mensch macht es ja möglich, dass man einen Kindergarten einrichten kann. Da sollte man mal drüber nachdenken, wie man das löst. Vielleicht muss das subventioniert werden, dass sich kleinere Unternehmen zusammentun können. Das wäre super. Ich habe auch das Problem. Ja? Genau. Mit meinen Mitarbeitern. Ich habe ja zwei Mütter bei mir im Team. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Du hast insgesamt? Wir sind insgesamt sieben mit mir. Sieben. Also sechs Mitarbeiter hast du? Genau. Alles Frau? Ein Mann. Die Quote. Die Quote. Der Quotenmann. Der Quotenmann. Ja. Was ist mit eurer Quote? Warum gibt es bei dir keine Quote? Was denn? Entweder Gleichberechtigung oder Gleichberechtigung. Das sind keine Halbzahlen. Das heißt, du müsstest ja theoretisch auch eine Quote einstellen. Die wollen alle Sportmanagement studieren und nicht die Wettmanagement. Ja. Okay. Genau. Und ich habe halt zwei Frauen, die Mütter sind und das ist tatsächlich so. Die Väter sind auch berufstätig, aber der Anruf kommt bei ihr an. Das ist so. Und sie geht mit dem Kind zum Ohrenarzt und sie geht mit dem Kind dann wirklich, egal was für ein Thema ansteht, sie geht dahin. Eingewöhnungsphase, sie muss Urlaub nehmen. Der Mann macht das nicht. Also das ist halt auch die Thematik. Ich würde es machen. Mein Bruder ist auch anders gewickelt. Mein Bruder ist derjenige, der zu Hause bleibt und seine Frau macht absolute Karriere. So, da ist es halt anders gelöst. Aber die Frage ist ja, welcher Mann macht das mit? Also wenn meine Frau doppelt so viel Gehalt verdient wie ich, bleibe ich freiwillig zu Hause. Kein Problem. Ehrlich. Überhaupt kein Problem. Sie darf auch in meinen Mercy fahren. Kein Problem. Ich gebe ihr alles. Kein Ding. Das ist ein Aufruf. Ja, das ist der Aufruf. Das ist ein Deal, oder? Also. Ja. Alicia. Eine Sache würde mich ja interessieren, was ja auch ein Thema ist. Wir reden immer über die Leistung der Frau. Sie wird nicht immer honoriert. Sie wird auch gerne mal unter den Teppich gekehrt. Man ignoriert sie auch gerne. Aber es gibt auch immer diesen Satz sowas wie, die Frau muss immer doppelt so viel leisten, um ganz vorne mitzumischen. Ist das bei euch auch in deinem Beruf als Make-Up-Part ist auch so? Definitiv. Also wir müssen auch manchmal tagelang weg sein und richtig Vollgas geben. Wie zum Beispiel auf der Fashion Week arbeiten wir von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Also 16 Stunden durch. Ohne Pausen und nicht mal Zeit zum Essen. Also da ist wirklich Knochenarbeit. Also du warst ja sogar jahrelang Head Off, ne? Ja, genau. Das ist doch cool. Von 2006 bis ... Sechs bis jetzt. Bis jetzt. Mhm. Und hab da auch mein Team gehabt, was ich geleitet hab und mit den Designern die Looks entworfen hab und dann mussten wir dann die ganze Show zusammenreißen. Das war schon ... Wir haben ja vorhin immer gesagt, die bekanntesten Head Offs und die bekanntesten Gesichter waren ja Männer. Richtig. So in der Modebranche auch Männer. Wie reagieren oder wie haben in deiner Zeit eigentlich die Designer auf weibliche Make-Up-Arte sein, die reagieren? Das ist sehr witzig. Also dann wurde einfach der Boris geholt und er wurde interviewt. Echt jetzt? Ja. Ich hab das Make-Up gemacht und so und dann kam dann der Boris dazu, weil ich mein gut, der ist so der Kopf der Fashion Week. Klar, dann holen die den. Aber da wurde er interviewt. Sagt man dann mal als Frau mal nicht, enough is enough. Ich will jetzt ... Genau. Wie hätten Männer darauf reagiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich hätt ihn so drin gezogen, gar mehr Feuer. Was? Ja. Ich hätt's a la Trump gemacht. Ja. Sagt so. Hier bin ich mein Junge. Was gibt's für Fragen? Trump halt, ne? Trump mäßig lösen. Ab jetzt nennen wir das Trump mäßig lösen. Wir driften ab, liebe Freunde. Wir sind komplett woanders gelandet. Wir sind bei der Liebe, das hat auch was damit zu tun. Ja, richtig. Argentour.net, die E-Mail-Adresse, die man sich merken sollte. Falls ihr dabei sein möchtet, beim Hamburg Women Connect am 6. Juli ist die nächste Veranstaltung. Also seid auf jeden Fall dabei. Oder im Herbst. Oder im Winter. Gibt's auch noch eine. Ich bin halt selbst beim nächsten. Step by Step. Step by Step. Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen. Das andere Thema Männer und Frauen, darüber wollen wir heute nicht debattieren, weil das hört nicht auf. Darüber sollten wir eine besondere Sendung machen. Männer versus Frauen. Ja. Und dann diskutieren. Und dann drei Männer und drei Frauen. Oh ja. Und dann will ich mal schauen, wo die Sendung endet. Dürfen wir uns die Männer dann aufrufen? Nee, das wäre ja zu einfach. Schade. Nein, das geht ja gar nicht. Apropos. Kommen wir wieder zu dem wahren Geschäft. Also wir waren noch bei der Quote, beim Quorum und all diese Sachen haben wir debattiert. Die Frau muss das Doppelte leisten. Das sagst du auch selber. Und wird am Ende trotzdem nicht beachtet. Gibt es so ein Patentrezept, so eine Patentlösung, wie man diesen Geschlechterkampf vielleicht… Bei Patentfuchse zu mir. Ja, bei Patent schau ich zu dir. Gibt es so ein Patentrezept, wie wir das Ganze koordinieren? Mein Patentrezept war, dass ich mich nicht beirren habe lassen. Ich war authentisch. Ich habe meinen Weg weiter verfolgt. Ich habe mich da nicht beirren lassen. Und notfalls habe ich dann eben auch wieder eine andere Firma gesucht. Also so nach dem Motto, wenn man mich nicht zu schätzen weiß, dann ziehe ich weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Appell an die jungen Damen, dass man sich eben wirklich ein Ziel vor Augen führt. Also das muss man haben, man muss fokussiert sein. Man muss natürlich dann auch dieses Ziel wirklich ohne Wenn und Aber und dann eben, wie gesagt, diese Weichei-Mentalität, die man sich dann immer mal wieder, wenn es passt, in die weibliche Rolle und wenn es nicht passt, dann wieder in die männliche Rolle. Ich glaube, man muss wirklich einfach so bleiben, wie man ist, ganz gerade heraus eben den Weg gehen und dann am Ende des Tages aber auch immer wieder anfangen, selber zu fördern und zu stützen. Man kann nicht immer sagen, wo ist da oben die Frau, die mich fördert, sondern man sollte gleich von Anfang an, so habe ich es gemacht, eben auch andere Frauen mitnehmen und andere Frauen fördern. Also ich hatte auch immer Azubilinchen, nicht nur Azubis. Ich hatte immer, ich habe jetzt auch bei mir, genau, ich hatte jetzt in meiner eigenen Schule, fördere ich natürlich auch besonders auch die jungen Damen, aber ich habe auch meine tollen Jungs. Und ich denke, man muss den Leuten das einfach vorbildhaft eben vorführen. So muss es gehen. Aber ich sage trotzdem, wenn es sich nicht ändert von selber, dann muss vielleicht tatsächlich die Quote her, weil in den großen Konzernen und in Deutschland können wir uns das überhaupt gar nicht mehr leisten, das große Potenzial von Frauen zu verschenken und zu missachten. Und ich finde das auch blamabel in der heutigen Zeit. Alles guckt nach Deutschland und auf dieser Seite der Medaille, nämlich was Bezahlung und Frauen anbelangt, sind wir doch das Schlusslicht und ich finde das peinlich. Das möchte ich auch nicht, da schäme ich mich dann auch so ein bisschen für unser Land, dass wir so wenig vorangekommen sind. Und ich finde, wir können es auf die weibliche Art, also ich muss nicht immer da eine lila Latzhose und dann Rum und Slip und so weiter schreien. Aber wir können trotzdem sagen, also da geht noch was, Jungs, ne? So, siehst du auf. Warum guckst du mich denn dabei an? Ich habe kein Problem damit. Ich habe dich jetzt lokalisiert. Was sagen die anderen beiden Damen? Ich unterschreibe das. Ich unterschreibe das. Absolut. Ich auch. Ganz einfach. Wann geht es bei dir los? Du machst dich aber selbstständig? Ja, ab 1. August. Wie viele Mitarbeiter und wie ist die Quote bei dir? Aber ich werde mich mit einem Mann zusammenschließen. Einen Fotografen von daher. 50-50, die Doppelspitze quasi. Ein Mann, eine Frau. Finde ich eine gute Einstellung. Und bei dir ist die Quote bald absehbar. 6 zu 1. Aber es gibt ja auch Speaker bei der Hamburg Women Connect, die männlich sind. Wann komme ich? Das müssen wir besprechen. Okay, wunderbar. Alles klar. Ich komme gerne zu einem sehr, sehr weiblichen Thema. Da komme ich gerne. Du bist dann unsere Ehrenbotschafter. Ja, gerne. Ehrenbotschafter. Ehrenbotschafter. Der Mann, der die Frauen versteht. Richtig die Krone. Wenn ich den Stempel auch noch aufgedrückt bekommen ist, Feierabend. So, ich danke euch recht herzlich. Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich wünsche euch viel Glück. Und dir natürlich mit deinem Hamburg Women Connect. Am 6. Juli könnt ihr natürlich Gast von Kathrin sein. Seid dabei. Ulrike, vielen Dank. Und weiterhin viel Glück. Ja. Auch an deiner tollen Uni mit den Studenten. Die können sich jetzt bewerben. Jetzt sind Aufnahmetests auch für tolle junge Frauen, die jetzt was werden wollen. Design Manager und Kommunikationsdesigner. Natürlich auch Männer. Wir freuen uns ja sehr darüber, wenn wir alles paritätisch haben. Weil unsere Schule lebt ja davon, dass da auch Good Vibrations sind für beide. Und falls ihr ein Praktikum parallel zu dem Studiumgang benötigt, bewirbt euch bei mir. Ich glaube, ich mag nicht mal. Genau. Nee, ich schwere. Erließ ja. So, auch dir wünsche ich viel Glück. Ja, mit deinen Augen. Wir kommen dich mal besuchen. Ja, sehr gerne. Ich mache große Öffnungspartys und lade alle ein. Oh. Du kriegst auch frisches... Ja, du kriegst ein fresher. Und permanent Make-up. Du machst ja permanent Make-up. Permanent Make-up. Ja. Ich bin dabei. Wir kommen dich auf jeden Fall besuchen. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche euch allen viel Erfolg weiterhin. Und liebe Zuschauer und Zuschauer, euch da draußen wünsche ich natürlich ein schönes Wochenende. Und zwei Sachen vielleicht, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Auch wenn wir uns im 21. Jahrhundert befinden und eigentlich alles selbstverständlich sein sollte, worüber wir uns heute unterhalten haben, ist es leider nicht. Also mehr miteinander kommunizieren, mehr miteinander reden und gerne hier und da die Dame, die Frau ein bisschen supporten und unterstützen, weil ich glaube, es gibt manchmal diesen, ich sage auch immer dazu, diesen femininen Blick, was dem Mann fehlt. Ja, die Seite kann man sich auch gegenseitig, indem man sich die Bälle spielt, auch vielleicht gemeinsam erfolgreicher vorankommen, wie es bei Alicia der Fall sein wird. Davon bin ich überzeugt. Mann und Frau, das wird auf jeden Fall, das wird laufen. Bei Katrin weiß ich noch nicht, die Quote ist noch wackelig. Aber schauen wir mal. Genießen wir ein schönes Wochenende und Tschüss. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ortel Mobile. Ortel, wir sprechen deine Sprache.